Google und die Nässe Dank eines gemeinsamen Projekts der US-Raumfahrtbehörden Nässe und Google kann jetzt jeder online auf dem Mars spazieren gehen. Die Nässe hat schon ein Dutzend Marskilometer erkundet. Die Aufnahmen stehen jetzt für alle zur Verfügung. Die US-Raumfahrtbehörden Nässe und Google haben die Bilder des Mars-Rovers Curiosity zu einem virtuellen Rundgang zusammengefügt. Das Projekt Access Mars ermöglicht es, in einem virtuellen Rundgang die Oberfläche des Mars zu erkunden. Es ist zugleich das bislang größte Projekt innerhalb von Googles Web-Experiments. Access Mars fasst hier etwa 200.000 Bilder zusammen, die Curiosity innerhalb der vergangenen 5 Jahre gemacht hat. Der Rover hat in dieser Zeit mehr als 12 Kilometer zurückgelegt, die jetzt per Webbrowser oder mit VR-Brillen wie der Oculus Rift, HTC-Wiffe, D-Dream oder Google Carbot betrachten können. Dank der Zusammenarbeit von Nässe und Google sind nicht nur Fotos verfügbar, sondern auch viele Hintergrundinformationen, die der Nutzer auf seine eigenen Reise anklicken kann. Die Nässe will im Rahmen des Projektes auch weiter Bilder zuliefern, die Curiosity noch immer liefert. Offen ist allerdings, wie lange noch? Bereits seit längerem sind die Alu-Reifen des Mars-Rovers rissig. Die Nässe plant jedoch schon die nächste Mars-Mission. InSight soll im Mai kommenden Jahres zum Roten Planeten starten. Er soll Tiefenbohrungen vornehmen und so das Innere des Mars genauer untersuchen. Die Nässe